Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge-Folge-Folge! Hi Leute, ich habe gerade angefangen, ich war voll drin. Auf jeden Fall, wir sind gerade in Wolfenbüttel. Ich bin Dilan von Knowings und wir sind gerade in Wolfenbüttel auf dem Rock Your Contest. Auf jeden Fall sind alle im Finale und Kaira ist einfach spontan in den Battles. Du musst hier reinkommen! Das läuft! Ja, ansonsten, ich fahre einen Range Rover, ich habe Taka als Ohrringe. Aktuell nicht, aber aktuell habe ich Hula Hoop. So sehen die aus! Komm mal her! Wir wollen den Affen hier sehen, komm mal her! Setz dich mal dazu, komm! Deine Hose ist auch ein bisschen kaputt? Ja, ich brauche, scheiße! Ja, komm! Echt? Ja! Die erste Nacht war sehr... Ah, wie soll man das denn beschreiben? Sehr ungemütlich, sehr laut und Sergej und Jules hatten irgendwie ohne Grund einfach so Lachfleisch. Keine Ahnung. Ich hatte Kopfhörer drin. Warum tanzt du denn nicht mit? Ich? Ja, weil ich ja aufgehört hatte. Dann fang wieder an! Also wer ist dafür, dass sie wieder anfängt? Wenn ihr dafür seid, bitte einmal Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen, dass sie zurückkommen soll. Okay, jetzt ist sie weg. Ey, ich brauche noch einen Stargast, hallo! Hallo! Wer bist du denn? Ja, ich bin Anna, tanze eigentlich seit 2011. Musste aber leider krankheitsbedingt aufhören und auch wegen der Schule, aber bald bin ich auch wieder da. Bald bist du da? Ja, wenn du anfängst. Wenn ich anfange, ach so! Abstürmen, dass sie wieder anfangen soll! Abstürmen! Du musst anfangen! Ja. Okay. Warum hast du bei dem Solo-Battle-Sing gehört? Ich? Ich kann nicht so Freestylen, also ich bin nicht so der Freestyle-Typ. Nicht? Scheiße. Jana möchte auch einmal ausgucken. Jana! Gefilmt! Celine! Wie ist mit deiner Gruppe? Deine Gruppe tanzt mit? Perfekt. Sind die gut? Die sind gut, ne? Sie sind gut! Ja, komm mal zu mir, komm mal zu mir! Ja, das ist einfach eine Sendung. Wir machen einfach hier eine Sendung, wenn wir uns wieder finden. Hallo! Da fahr! Da-brr! Ra tatarara-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Da tatararara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Afrozirkus, Afrozirkus, Afro-dupfen, dupfen, dupfen, Afro! Es wird geschnitten! Es wird geschnitten! Welche Gruppen hast du denn heute mitgebracht? Heute haben wir einmal Reflection mit, Ace haben wir mit, CodeBlack haben wir mit und SpeedUp. Und in welcher Kategorie tanzen wir? In Teens und Adults sind alle schon so weit. Weißt du, es gibt Menschen, die machen extra Ausbildungen, Studiengänge nur um Moderation zu fühlen. Du sagst so, mach mal. Als ob das so einfach wäre. Immer diese Kanacken, ey. Ich sitze hier mit vier Mädels und ja, wie heißt ihr denn so? Dana, Helena, Hannah, Yvonne. Und in welcher Gruppe tanzt ihr? Ich tanze in Ace. Ich in BeatUp. Ich auch in BeatUp. Und ich tanze auch in Ace. Ja und ihr hattet ja jetzt den Auftritt schon hinter euch. Wie ist es so abgelaufen? Also, habt ihr ein gutes Gefühl oder ein schlechtes? Habt ihr was verkackt oder so? Ich glaube, bei uns ging es eigentlich noch. Bei uns gab es einen kleinen Patzer, aber damit sind wir eigentlich alle gut umgegangen und haben den uns glaube ich nicht so krass anmerken lassen. Ja. Ist auch gut so. Und bei euch so? Ja, bei uns eigentlich auch. Also hoffentlich ist es gut, aber ist halt meistens immer ein bisschen für einen selber schwer. Man weiß es nicht, ne? Ja. Sind eure Hosen irgendwie gerissen oder so? Nee. Ich mag keine. Nee, aber wir hatten schon Angst, dass die Hosen reißen, weil die sind halt mega eng. Echt? Ja. Also bei uns sind Hosen gerutscht. Echt? Ja. Die sind sehr rutschig. Oh, also da am Knöchel oder da oben? Nee, oben. Achso, ja. Durch das T-Shirt sind die sehr rutschig. Okay. Ja, das ist nicht so gut. Aber es ist nichts, also kein Patzer oder so vorgekommen? Nee, heute ist nichts passiert. Ja. Ja, dann ist ja, dann können wir mit einem guten Gewissen in den morgigen Tag starten. Wie findet ihr den Contest bis jetzt so? Mega gut. Just. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Ja. Also ist wohl ein bisschen anstrengend, aber so anderen Leuten beim Tanzen zu gucken, ist halt generell immer sehr cool. Ja. Ja. Auch weil wir hier dann übernachten und so, ist das Gemeinschaftsgefühl halt viel besser mit der Mannschaft und so. Ja, das stimmt schon. Ja. Ich finde es auch mega gut und wir waren ja auch letztes Jahr hier und haben ja als große Gruppe getanzt. Und ich finde dieses Jahr so als kleine Gruppen ist auch nochmal wieder was anderes, aber auch mega gut. Ja, ne? Ja. Ähm, habt ihr schon was gegessen? Ja. Mittag und Frühstück gab es heute. Und gleich gibt es erstmal Abendbrot. Ja, ey. Frühstück ging, ey. Es gab halt wirklich nur ein paar Sachen und nichts wie Gurken dazu oder sowas. Das war ein bisschen. Gurken. Ey, wir brauchen Gurken morgen. Ja, wir brauchen Gurken. Ja, zum Frühstück. Ja, zum Frühstück. Und das Mittagessen. Mittagessen war halt was man immer isst. Nudeln und Volonaise. Ja. Würdet ihr nächstes Jahr wiederkommen wollen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wisst ihr schon was heute Abend abgeht? Ne, was ist das auch nicht? Ich weiß es auch nicht. Oh. Gut. Hä? Was ist heute Abend? Party! Okay, danke Mädels. Viel Spaß noch auf jeden Fall. Und viel Erfolg. Danke. 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 Tschüss. Voll die Erlechterung, ey. Oh, Junge. Alles glascht nochmal. Heizenmaula. Tschüss.